Willkommen zu Explore Austria. Das ist der Mario, ich bin der Daniel und in der heutigen Episode geht es um Magnetfischen. Viel Spaß! So, jetzt probieren wir gleich mal mit dem Magneten, was wir so heute oder gestern oder letzte Woche bestellt haben, einmal zu schießen. Wie viele Kilo hat denn der eigentlich? Wie viel kann man mit dem ausziehen? Ich glaube, wir müssen bis zu 250 Kilo damit ausziehen können. Zumindest steht das drauf. Eigentlich bis 275. Eigentlich bis 275. Also, das ist jetzt unser Magnet. Mit dem will ich jetzt nicht näher zugefahren, weil ich glaube, der wäre tödlich für meine Kamera. Und wir machen jetzt meinen ersten Schuss und schauen, was passiert. Was ich schon gelernt habe ist, das Ende festbinden. Das tun wir jetzt einfach mal kurz festbinden. Ich schaue sehr bescheuert aus, ich weiß. Aber wir wollen nur für den Zuschauer das Beste vom Besten am Videomaterial liefern. iterhefischen Kinderen Untertitelung. BR 2018 Siehst du nicht? Ja, ja. Wieder mal ein paar Schrauben. Sogar mal mit einer Mutter dran, glaube ich. Einmal eine Schraube mit Mutter dran. Und ich glaube, das dürfte ein Angelhocken sein. Oder? Und dann noch ein bisschen ein Nagel nacheinen. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir gleich wieder einmal eine. Eins, zwei, drei, punchy! Das war jetzt schön mit dem Ding. Gut, oder? So. Also wir haben nämlich da hinten eine Grobe gefunden, wo anscheinend die Bauarbeiter dieser Brücke vergessen haben, dass man eigentlich die Nägel nicht wegschmeißt in dem Fluss. Und wir sind so nett und ziehen jetzt alle raus. Dann bleibt er leicht hängig. Schauen wir mal. Das schaut, glaube ich, jetzt eher schlecht aus, oder? Nein, doch, ein Nagel haben wir erwischt. Ein Nagel. Das schaut ziemlich mitgenommen aus. Ich würde noch einmal kurz zu den anderen möglichen. Da sieht man da raus, dass wir innerhalb von 10 Minuten, oder 15 Minuten da sind. Ein kleines Exemplar. Das dürfte ein Knienagel sein. Könnte sich rausgehen. Oder so ein Schienbein. Wenn wir da mal drüben, was wir da schon mal gesehen haben. Ich glaube, da habe ich was dran. Ja. Das ist irgendwas langes. Da ist irgendwas Magnetisches, glaube ich. Da ist irgendwas Magnetisches, glaube ich. Da ist es. Wieder eine kleine Eisenstange, eine kleine. Könnte eventuell von der Wehr sein, theoretisch. Und da haben wir noch einmal einen kleinen Bolzen. So, schauen wir mal, ob da was drin ist. Voll schwer. So, schauen wir mal, ob da was drin ist, oder? Ist das jetzt dran? Nein, das ist gar nicht süß. Werde mir ein Werkzeug. Cool. Ich suche nach der Frau. So ist es ja ausgesetzt. Wieder zu Hause angekommen, zeigen wir euch nun die Ausbeute des Tages. Und zwar, Mario wird sie nun demonstrieren, einmal die heilige Beißzange, die stinkt nach Fisch und Nägel. Nägel. Und wenn wir dann eine Tonne zusammen haben, bringen wir es zurück, dass wir den ersten Magneten dann auch bezahlen können. Sollte euch dieses Format gefallen haben, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, bis bald. Ciao. Tschüss.